Matthias, du bist jetzt am südlichsten Punkt von Gibraltar. Am südlichsten Punkt von Europa bin ich. Am südlichsten Punkt von Europa bin ich. Die letzte Bratwurst vor Afrika. Die letzte Bratwurst in der schönen Cafeteria hier vor Afrika. Hier der Leuchtturm von Gibraltar. Und da oben müssten irgendwo die Afrika sein. Das da drüben müsste schon Afrika sein, ne? Kann man schon bis Afrika schauen? Wirklich? Das da drüben ist schon Afrika. Das ist Afrika. Ja, da drüben die Berge. Das ist Afrika, ja. So ein bisschen neblig, aber... Aber schön.